Hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier bei Alice. Ich bin gerade verwirrt, mein Kopf-Hand-Verbindung hat nicht funktioniert. Ups. Ja, egal. Wir sind zurück hier. Mein Spiel hängt sich die ganze Zeit alles auf. Es tut mir leid, wenn ihr das seht, wenn es manchmal so ruckelt. Jetzt wäre ich fast durch das Loch gefallen, ne? Wir gehen jetzt direkt mal hier weiter. Ich will jetzt hier ein bisschen Action. Aber Alice darf erstmal eine Runde rauchen wieder. Mann, 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 Mann. Ein bisschen abhängig ist die Schau, hm? So. Blubba, blubba. Dass die dann immer so hergeschwabbelt kommen, verstehe ich nicht ganz. Das wäre viel cooler, wenn die das dann in die Richtung pusten würde. Und dann so in dem Moment dann so aus dem Rauch so Plattformen kommen würden, ne? So. Ups. Wie, 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 wie diese, wenn man schrumpft. Die sind ja auch so. Ich habe das Blubbern gehört. Au, hallo. Ich höre, ich höre es nur blubbern. Alice! Alice, du kannst doch nicht einfach von der so... Sie, sie, sie rollt einfach von der Plattform runter. Wir hätten sowas erwartet, bitte. Das ist jetzt... Hat sich jetzt ausgeblubbert oder kommt da noch Blubber? Wie, woher soll ich denn... Oh! Woher soll ich denn wissen, dass hier... Dass man hier runterfallen kann? Das ist doch blöd. Die können doch nicht einfach... Die können es doch nicht einfach so machen, dass man da runterfallen kann, wenn man... Äh... Bumm. Dankeschön. So, aber hier da oben ist noch was. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Vielleicht da rüber, hm? Wupp. Wupp, wupp. So, jetzt gehen wir mal da hin. Geht doch schon mal hoch. Wow! Was war denn das jetzt bitte? Kannst du mal aufhören, mich dermaßen so erschrecken? Ja, aber da komme ich ja jetzt nicht hoch. Hä? Du willst mir ja nicht weiß machen, dass ich da hochkomme. Nee, das kann niemals sein. Wie komme ich denn dann da jetzt hoch? Gar nicht, oder was? Das ist komisch. Moment, wir gehen mal mal rüber. Weil... Weil... Oder wir können von hier aus hoch. Nee. Ah, nein, jetzt fahren wir auch noch runter. Puh, das klappt ja wieder super hier. Aber ich sehe auch nicht, dass man hier irgendwie hoch kann. Und das ist auch kein versteckter Hinweis hier. Vor allem ist der Hinweis. Der Hinweis? Ja, das haben wir ja gemacht. Okay. Das ist eigentlich mein komisches Figürchen da. Ups. Auch zu fahren. Oh, nö. Oh, Junge. Oho. Hallo. Hallo. Guck mal, das kann ich auch. Interessiert dich gar nicht, ne? Okay, das heißt, manche Waffen... Manche Waffen bringen einfach nichts gegen manche Gegner. Das ist einfach so. Was macht er denn da hinten? Bumm. Ich will da gar nicht rüber jetzt, wenn der da gerade so praktisch steht. Da war es nur noch einer. Äh, zwei. Wartet mal, ist da jetzt gerade was von hinten gekommen? Da flattert's. Schieß, Alice, schieß. Oh, das war unfair. Das war Doppelbeschuss. Oh, das war unfair. Okay, wir schaffen das heute noch. Kannst du mal aufhören, da von da drüben auch noch zu schießen? Der schießt eher näher vorbei. Och, Jungs. Mach mal hier halblang. Die hab ich ja auch noch. Hab ich vorher gar nicht mehr dran gedacht. Was macht er da? Bumm. Bumm. Irgendwie fühl ich mich ein bisschen... Au. Ja, die hat sich kaputt. Toll. Das ist irgendwie witzlos, wenn man das so von Weitem machen kann. Ich will da runter, aber ich hab Angst, dass ich da nicht mehr hochkomme. Ach, da geht's auch. So, Alice. Alice. Was ist denn da? Ja, da ist ja nix. Super. Hm, Schachbrettmuster. Ich mag Schachbrettmuster. Da geht's nicht rein, also gehen wir... Hoppala. Oh, Alice. Du machst mich heute fertig. Sieht aus, als wären wir hier an einer Bahnstation. Oh. Als würde da jetzt gleich jetzt zukommen. Chuchu? Chuchu, Chuchu. Oh, da hinten ist wieder so ein Gesicht. Das ist aber nicht, war nicht am Weinen. Ich kann immer noch... Wisst ihr, ich kann das Spiel einfach immer noch feiern. Ich find das super. Ich hab vorhin noch gesehen, wir haben glaube ich erst 37 Prozent. Also wir haben echt noch ein bisschen was vor uns. Oh je, ich glaub ich stürze jetzt gleich ab. Nein, alles gut. Wir haben echt noch ein Stückchen vor uns. Ich find das super. Ich bin auch sehr gespannt, was da noch so... passieren wird. Entschuldigung, dass ich manchmal einfach mit dem Satz aufhör zu reden. Es ist einfach auf... Hör auf mich von hinten zu hauen. Spiel? Bitte nicht spielen. Trita, trulala. Nicht in die Lava. Alice, ganz ruhig. Äh, ja. Ich bin sehr gespannt, dass da noch alles so kommt. Ich würd gern mal wieder in das schöne Wunderland gehen. Da, wo wir am Anfang waren. Nicht da, wo alles kaputt ist. Was geht ab? Gänsehaut Feeling überall... Uha! Entschuldigung, da hab ich mich erschrocken. Aber wirklich erschrocken, Rat. Bye. Ey. Gut. So, der andere auch noch. Komm, du hast kein Schildchen. Du bist eh gleich kaputt. Wo ist unsere Wasserpfeife? Für Wasserpfeife rauchen. Geht's da auch nicht rüber? Ach Gott, Mann. Das ist doch kacke, wenn ich die ganzen Sachen und Erinnerungen und Flaschen und so nicht einsammeln kann, weil... Und das ist auch kacke. Das ist... Finde ich auch was total Blödes, dass die da irgendwie... Na, warte mal. Wir können ja auch einfach... Alice, hör mal auf. Hör mal auf. Vielleicht kommt das einfach mal ein bisschen hergeschwabbelt. Sieht gut aus. Gut. Weil das sind nämlich alles unsere Zähnchen. 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 Ich war es schon wieder... Für wann? Wusste ich doch. Das wird auch wieder nach unten fallen. Toll. So, wo waren jetzt... Oh Gott. Okay. Oh, so war... Nein. Oh. Und ich laufe wieder von der Plattform runter, weil ja... Ich... Auf jeden Fall so ein... Ich bräuchte so ein Babygitter. Dass ich nicht von irgendwelchen Sachen runterfalle. Wie so Kinder bei der Tür... Bei... Wenn es um Treppen geht. Da gibt es doch auch solche Babygitter. Sowas bräuchte ich auch. Definitiv bräuchte ich sowas. Oh, nein. Ich glitsche mich da so an die Ecke ran und dann falle ich natürlich runter, ey. Jetzt hat es so gut jetzt geklappt, ja. Und jetzt... Jetzt ist alles vorbei. Opa. Die sind aber auch ein bisschen... Bisschen... Tricky, diese Plattformen hier, Mann. Ist da... Man sieht halt... Oh, nein. Man sieht halt einfach auch nicht so viel. Oh, da geht es auch rüber. Schauen wir da jetzt auch noch rüber? Ja, da müssen wir noch rüber. Was machen wir jetzt noch? Oh, Gott. Wow. Respekt an mich selbst. Und das warten wir nochmal. Oh, Medusa. Sag euch. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Endlich mal wieder was in den Kisten drin hier auch. Nix. Da hinten will ich hin. So, das heißt, wir können wahrscheinlich hier dann auch die Erinnerung holen. Mal richtig zielen hier. Warte, nicht so zielt sich das. Da kommen diese Blobby's. Ach, Mann. Das ist immer so knapp im Messen. Könnte es nicht einfach mal so ein... Das ist ja ein gerader Weg sein rüber. Das wäre doch super. Wer haucht denn Zigaretta? Chili, Vanili. Ähm... Ich komme doch da nicht so rüber, oder? Jetzt frage ich mich gerade, muss ich jetzt einfach wieder zurück? Aber ich komme ja hier auch nicht mehr hoch. Also, von dem her muss ich ja irgendwie da rüber. Oh, yeah. Okay. I believe I can fly. Oh, ho, 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 ho. Grinse? Grinse. Ja, was hast du dir vorgestellt hier mit deinem kranken Träumchen? Och, nee, nicht schon wieder er. Was ist denn das? Erst mal das kleine Ding kaputt. Und dann machen wir das Fliegeding kaputt. Erst mal hier aufräumen. Oh, er kommt mich zum Pressen. Ich kann dem auch nicht ausweichen, ne? Geht einfach nicht. Hallo? Shit. Moment, wo ist die Maus? Was ist denn hier? Mach kaputt. Und kaputt. Alice? Du sollst schießen. Ich glaube, ich muss echt da diese verschiedenen... Wie kann ich dem ausweichen? Gar nicht. Puh. Ich bin irgendwie ausgewichen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe es irgendwie geschafft. Sonst machen wir mal kurz... Das war nicht ausweichen, Alisa. Das war nicht ausweichen. Das will schon wieder fressen. Oh, es kann nicht. Das ist der gute Plan. Es steckt sich da fest. Ich glaube, ich glaube, ich habe auch noch ein Kopf. Wir haben noch einen Kopf. Au. Das ist komisch. Ich muss da gerade stieren, weil das ist gerade so, ich sehe das jetzt gerade erst mal, was hier passiert, weil sonst, vorhin bin ich ja die ganze Zeit vorweggelaufen. Aber diese T-Cannon-Pot finde ich eigentlich immer noch bescheuert, ne? Wir müssen wirklich, ich habe den Sinn verstanden, wir müssen wirklich von jedem einzelnen Gesicht, also, ne? Du wirst, was ich meine. Jetzt diese Köpfe kaputt machen. Bist du jetzt endgültig kaputt, bitte? Bitte? Hallelu! Uh! Nice! War hier noch was? Da wollte ich hin, genau. Hier wollte ich noch hin, die Zähnchen holen. Hopp! Oh! Oh! Heavy, da ist doch gar kein Schwein. Kann ich unsichtbare Schweine abschießen? Oh! 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 Ich frage mich, ob da... Das ist wirklich unsichtbar! Oh Mann, das ist ja voll die Verarsche hier. Ich wusste ja gar nicht, dass es das auch unsichtbar gibt. Ich muss gucken, wie lang die Plattform ist hier. Oh je! Hallo! Muffin Korb! Gib mir die Muffin! Na, 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 na. Oh Mann. Oh Mann, kommen wir hier? Oh Mann. Oh! Oh! Okay. Verlautet Schock. Und bevor wir hier hinten, na, die langersehnte Wasserpfeife, die sich Alice so langersehnt hat... Äh, holen. Bom. Ähm, mache ich mal wieder eine kleine Aufnahmepause, weil es schon wieder soweit ist, Mann. Wie kann das denn sein? Wisst ihr, 18 Minuten einfach so flup, einfach weg. Kann doch gar nicht. Kann doch einfach nicht. Es ist aber so. Also mache ich eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns beim... Nächstes Mal. Bye, bye.